neues spiel neues glück wir sind letztes mal schon einige also ziemlich vorangekommen und ja so soll es weitergehen wir erforschen die musikwelt und zwar land der musik bongo hügel das sind also kann mich noch erinnern so böse noten die haben ganz böse geschaut oder hatte ich immer angst weil die durftest du nicht berühren und dann alles immer schon der welt praktisch wenn und ich habe auch nur noch ein leben diese notenlinien auf denen ich bin die sind ganz rutschig und es ist so schwer auf dem zeug zu gehen nein naja toll jetzt bin ich wieder rausgegangen ich wollte eigentlich nur da hoch ja sehr musikalisch harfen im hintergrund trommeln musiknoten flöten haben wir da und eben böse noten also jeden klavierspieler früher oder so war das dann recht unangenehm man kann mega fette sprünge machen wenn man da so ein speed drauf kriegt habe ich genau okay wir wollen doch ich will eigentlich schon darunter mensch das ärgert mich wieder da ist bestimmt irgendwas wenn ich da unten bin genau hier so oder auch nicht gut wie komme ich denn da runter diese wolken die lösen sich auch immer aus gut gemacht was ist das für eine coole fehler oben hallo jetzt bin ich klein wie süß kleine raven kann hier durchgehen aha der macht genau das gegenteil wie ich was hilfe geh weg naja das war es dumm machte einfach selber wie ich und dann bin ich wieder am anfang und habe dafür ganz viel leben gelassen für diesen blöden handschuh hat lang gebraucht bis ich kapiert habe hier ah cool eine trommel da sind die bösen noten da oben da da krieg man noch alträume davon oder vor allem von dieser großen die mich direkt anschaut diese diese die länder da und alle einfach die dampf wo ich denn hin genau Ein falscher Sprung, nur weil ich alles genau angucken will. Und wenn ich schon tot ist, ist das jetzt noch mein letztes Leben. Okay, Pfeife auf den Superhandschuh da oben. Oh, jetzt will ich das hier wieder. Was ist das? Ja, genau. Jetzt kann ich mich gar nicht mehr erinnern, dass die Playstation-Version wirklich dieselbe wie die auf dem... Auf dem... Wie heißt denn das? Damals am PC. Ich dachte, ich kann mich festhalten. Was soll jetzt das schon wieder? Ach, wer hätte damit Schwung? Das probieren wir jetzt nochmal. Ich hätte damit Schwung, weil so... Das brauche ich echt lang. Äh, äh. Cool. Und da fährt mich eine wieder zurück. Okay. Für drei solche Bubble-Dinger. Fragt man sich halt, ob dieser Aufwand sich immer lohnt, ne? Äh, komm. Ach Mist, das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gebraucht. Au, Mann! Kommt das immer zur falschen Zeit? Ja, und jetzt hat dieses... Dieses Faukenschlag-Ding... Wow, das war jetzt ziemlich knapp. Oho, und da kommt noch ne... 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 ne blitzschießende Flöte. Ja, genau. Hast du recht. Und jetzt? Jetzt, wo ich durchdraufen hätte. Das springt ja nicht, ne? Jetzt hat. Und ich hab das sogar machen müssen, damit ich wieder hochkomme. Also, ich musste den Handschuh jetzt praktisch holen. Das heißt, wenn du mal in diese... Wow, jetzt hat... Ab jetzt kommen diese blauen Stacheln. Ja, die sind da gefährlich. Die darfst du ja gar nicht berühren. Oh, ne, die blauen schon, aber die... die roten sind, glaube ich, gefährlich. Irgendwas war da, oder? Haha! Nein! Schnell weg, schnell weg! Nein! Ich hätte das Ziel schon erreicht, aber... Blöd, Julia muss ja natürlich wieder alles übertreiben. Und... Das Ganze dann nochmal machen und hoffen, dass sie jetzt nicht getroffen wird. Von irgendwas. Was ist eigentlich mit dem... Ich muss da hoch. Also, ich bin noch nicht ganz fertig aus der Gefahr. Was ist das eigentlich, wenn ich da hinten runterfalle? Ich mach's nicht. Haha! Gut. Ach, jetzt haben wir diese... Oh Gott, die gehen da nach oben. Was? Und wo kommt das jetzt her? Jetzt bin ich tot. Jetzt hab ich's nur lang gebraucht. Das darf doch nicht wahr sein. Das Spiel ist so verrückt. Oh ja, was mach ich jetzt, oder? Und ich hab auch nur noch 5 Continuous. Oh oh. Das heißt, wenn alle 0 verbraucht sind, dann hab ich ein totales Problem, oder? Dann muss ich hier ein neues anfangen. Oh oh. Scheiße. Was mach ich denn da schon wieder? Hilfe! Ach, vielleicht kann ich mir denn noch nicht schießen, dann brauch ich erst die Fähigkeit dafür, oder? Das ist so dumm, das Ding. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Dann halt nicht. Keine Trommeln. Ach, zwei. Ach, komm. Ich hätte gerne die Fähigkeit des... Wow. Immer kräftigen Handschuhs, bitte. Das sind auch wieder diese bösen Noten. Wow, und dann sind wieder Augen und, und, und. Scheiße. Entschuldigt, den Kraftausdruck. Ich darf jetzt wieder von vorne anfangen, oder? Das Spiel ist so eine Katastrophe. Ah. Genau. Also das noch. Geh weg. Jetzt bin ich schon wieder gleich tot. Oh. Julisch denke ich mir an. Nein. Ich muss doch hoch. Ah, ha, ha. Wieso konnte ich mich da jetzt nicht festhalten? Oh. Ich sage ja, eine Katastrophe. Ja, und da fliegt es runter und ausweichen und das Teil fliegt jetzt auf mich zu. Geh weg. Ey. Oh, nein. Oh. Juli, was stellst du dich auch so an? Bla, 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 bla. Geh weg, 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 geh weg. So. Ja, genau. Und du auch ganz nah hingehen. Und kaputt machen. Oh. Shit. Und auch bei dir. Na, tatsächlich? Wieso kann ich jetzt da nicht mehr hoch? Ich habe mich doch da mal festhalten können, oder? War das vorher wieder so ein Glücksgriff, oder wie? Ich habe schon gedacht, die Wolke ist weg. Oder sie kommt nicht mehr wieder. Was irgendwie die gleichbedeutende von Wolke ist weg ist, gell? Okay. Oder ist es wirklich bloß so ein Bumper, der nach unten geht und nicht wegfliegen sollte? Ist alles so knapp. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ich bin jetzt wieder von vorne. nicht. Okay, jetzt muss ich... Nein, muss ich nicht. Ich brauche hier ewig viel von diesem Weckerzeug. Ich habe gerade gesehen, dass ich links 50.000 Dollar kriege, wenn ich ihn hergebe. Na, genau. Du bist ein dummes Ding. Ja. Toll gemacht. Dieses Spiel erfordert vollste Konzentration, die ich meist nicht zu 100% habe. Und gleich ducken. Okay. Ein Wahnsinnsspiel. Ein Wahnsinnsspiel. Ein Wahnsinnsspiel. Oho, beinahe vergessen zu springen. Ducken. Du du du. Die werden sich jetzt denken, ach das ist ja gar nicht so schwer und ich stelle mich einfach bloß so blöd an und ähm. Ja. Ach nein. Wie habe ich das jetzt so schnell bekommen? Egal, Wurst. Ich glaube das ist die Welt geschafft und bevor wieder was passiert. Ich dachte das wäre irgendwas, ähm, ein Geheimgang. Hätte ja sein können, hätte ja sein können. Wahrscheinlich nicht denkt sich jeder von euch. Jetzt aber. Die fliegt ab. Und ich kann sie sogar lenken. hängen. Scheiße. Und wenn sie irgendwann hängen bleibt, dann explodiert sie irgendwann. So, wir hier. Oh nein, 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 nein. Hätte nicht unbedingt sein müssen. Und jetzt? Wo bin ich denn hier? Nein. Okay, wo hat mich das Ding jetzt erwischt? Ernsthaft, Leute. Wo hat mich dieses Ding jetzt erwischt gehabt? Geh weg. Mag dich nicht. Ich bin eh gleich wieder hinüber, gell? Ja. Unschaffbar, unschaffbar. Also natürlich ist es irgendwie schaffbar. Wow. Bloß Jule. Kann es mal wieder nicht. Ich frage mich echt, wie ich auf der PC-Version so weit gekommen bin. Vielleicht denkt man als Kind auch weniger drüber nach. Und spielt einfach. Ha. Ein PE, ein PE. Das nehme ich. Oh. So Nerven, die da drauf gehen bei dem Spiel. dunkle Blitze. Mein Herz warnt. Verdammt. Da bin ich hängen geblieben. Ja, genau. Jetzt bin ich im Kreuzfeuer. Und nochmal ein P. Im Dunkeln sieht alles weniger gruselig aus, nicht wahr? So diese Noten. Ganz süß und nett. Oh, ich schaff's. Nicht! Verdammt. Ha. Und nochmal. Das war jetzt wieder mal knapp. Stopp. Nein, 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 nein. Vielleicht kann mich da noch nicht dranhängen, oder? Wurscht. Erstmal sch... Gott, hat mich das jetzt erschreckt. Wenn ich jetzt auf eine Art, ähm... Endgene. Kommt bestimmt noch. Oh, 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 shit. Ja, genau. Ich fühl mich beobachtet. Gut. Ah, das sagt mal wieder was, diese Kugeln hier. Oh. Genau, weil es bewegt sich. Wenn du musst irgendwie da... Fuck. Sorry. Halt finden. Und das war's. Nein! Wie soll ich das Spiel jemals durchspielen? Und das war's. Naja, getroffen hab ich nie. Fuck. Okay, den ersten Gegner ausgewichen. Ich hoffe, oh Gott, es kommt nicht noch mehr, weil es ja nur schneller wird, ne? Was bringt mir das jetzt, wenn ich jetzt da rüberspringe? Das schaffe ich aber nicht. Ist zu weit weg, oder? Oh, ich bin gerade echt so weit, dass ich keine Dinge mehr eingehe. Wie heißt das? Keine Gefahren. Oh, okay. Ich hätte da nicht die ganze Zeit gar nicht springen brauchen, oder wie? Also unten meine Noten bei dem ersten oben. Trau mich nicht, trau mich nicht. Lieber abschließen. Lass die Welt zu Ende sein, bitte, bitte, bitte. Oh Gott, da kommt noch was. Oh Gott, was bist du? Ja, genau. Ähm. Wow, das war jetzt knapp. Wie auch immer ich das gemacht habe und ich bin jetzt eh auch tot. Was ist denn das für ein Typ? Wo kommt der her? Was machst du? Irgendwie habe ich hier noch gar keine Käfige auch, ähm, befreit. Ach ja, da war ja was mit denen. Okay, nochmal. Was muss ich hier tun? Ah, Mist. Das Warten müsste jetzt runterhauen, dann kann ich hier hin. Und jetzt. Shit. Achso, ich muss den gar nicht besiegen. Ich bin einfach... Ach, fuck. Ohohoho. Das ist bitter. Alles in dieser verdammten Musikwelt draufgegangen, gell? Ganz einfach. Shit. Da bin ich zu spät gesprungen. Das ist eine Katastrophe. Wie, 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 wieso, wieso verschwinden die denn auch? Und dann auf einmal... Ich dachte erst, wenn ich drauf bin, dass die dann verschwinden, ne? Ach du meine Güte. Ob ich diese... Ja, ja, ich weiß, dass ich da hoch muss. Das ist süß, wie der Raymond mich drauf hingewiesen hat. Ja, er mag da hoch. Zwei on top. Ah, ich hätte da auch nicht durchkönnt. Halt, halt, halt. Weiß nicht, wie lang. Und sprung. Nein, 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 nein. Das ist böse, weil wenn ich da runterfalle, muss ich das Ganze nochmal durchgehen. Oh, will ich kommen jetzt da nicht mal hoch, oder wie? Ach, fuck. Fuck you. Fuck. Fuck. Ah, nee, okay. Gut, ich komme hier wieder hoch. Ich hatte echt Angst. Dass ich... ...da jetzt alles nochmal umfahren muss hier. Oh, ich habe es geschafft. Ich habe zwar irgendwie keinen einzigen Käfig kaputt gemacht, aber ich habe es geschafft. Ihr darf mir jetzt gar nicht speichern, weil das echt so schlecht war. Ach, hier kann ich aber speichern. Ja, aber ich mache das mal, weil... Was soll ich denn sonst tun? So. Okay, wir haben die erste Welt der Musikwelt abgeschlossen und... Mal gucken, wann ich mich weiter traue, das hier weiter zu spielen. Es wird auf jeden Fall immer schwieriger und ich bin ja noch nicht mal so weit. Nun gut. Mal gucken, ob es einen nächsten Teil geben wird. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.